Na, WA? Was ist los? Prudence? Wer ist WA zur Hölle? Alter, der Hund guckt voll, als wäre er irgendwie auf Drogen gerade. Alter, er steht neben dir. Alter, der ist auch irgendwie ein bisschen high, glaube ich. Oh, der Hund kann mithalten, das ist gut. Alter, ich will auch einen Hund haben. Wo ist der denn überhaupt? Prudence? Achso, Priemeln, okay. Ja, ich finde sie schon so... Da. Hinweis. Prudence Kleidungsstück gefunden. Okay, damit haben wir das Suchgebiet auf jeden Fall schon mal eingeschränkt, zum Großteil. Wir stellen uns hier... Ne. Ach, Mann, Mann, Mann. Oh, ich bin außerhalb des Suchgebietes. Hier, noch ein Hinweis. Blumenbeutel, okay. Zack Ja, da kriegt der Bär erst mal aufs Maul Hier Bam, haben wir einen Bär erlegt, ohne hier Irgendwie auch nur was abzubekommen Ich will den noch heuten Also heuten Nicht reuten Ja, gerne doch, kann ich dich hier ab... Oh, jetzt ist der Bär weg am Arsch Oh, cool, hab ich bekommen Ja, das ist natürlich scheiße, ne Aha Dang, erst mal mit dem Kopf da gegen den Baumstamm hier Da auch nochmal, auch schade Gemüse und andere landwirtschaftliche Produkte Stehen nun bei den Farmen zur Verfügung Oh, cool Wir haben jetzt Farmen Das ist natürlich geil So, eine Siedlungsmission gibt es noch Gut 200 Meter Kein Ding, ne Aber Aber da rüber zu kommen Schon eher Dann nehme ich da drüben den Baumstamm Der da... Ne, eine Brücke ist Das ist sogar cool Alter, voll die moderne Stadt hier mit Brücke und so Ich bin mal gespannt, wie sich die Stadt hier noch entwickelt Wuhu Geil Ja, wieso über die Brücke laufen, wenn man auch über... Äh... Das Geländer laufen kann, ne Wui Schön, da vorne ist es schon Sind gleich da Das ist gut Und das alles bei Nacht Ob es wohl auch Missionen gibt, die nur am Tag oder nur in der Nacht verfügbar sind Weil ich meine, sie ist jetzt Nachtblumen sammeln gegangen Weil weiß, ob es auch Tagblumen gibt Der Kampf, okay Den können dann folgen Ja, los, lauft ihr Drecksplagen Ach, komm schon Die beiden Spacken Oh Gott Hä? Oh, der hat aufs Maul Achso, ich muss beide? Oder was? Ah, okay Oh, verdammt Na, das prügelt euch doch tot Ähm Alter Nein Scheiße Bam Jawohl Jawohl, ja Ich schlag dich zu Boden Du Lumpf So Nein 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 Boah Was muss ich denn hier überhaupt machen? Alter Schwede Alter Schwede, ey So, jetzt aber Jetzt hab ich sie Jetzt hab ich sie Und jetzt geb ich den aufs Maul Oder nicht Den Streit schlicht Alter Schwede, ey Hoffentlich krieg ich dafür auch irgendwie hier so einen Ausbau oder so Dafür sorgen, dass dieser Streit nie wieder ausbricht Kriechen Unfälle passieren schließlich So, reden wir mal mit dem Spacken Ist das in Ordnung? Es gibt keinen Grund dafür Ha, dieser Holzkopf Och Er wird sich beruhigen Er braucht nur etwas Zeit Okay Einfach nur mit beiden Reden Und dann ist der Streit geschlichtet Oder was? So Epischer Sprung Und reden wir mit dem auch nochmal Fragen mal, was Sache ist Aha Aber nicht, dass du dir Sorgen machst Okay Fichtenholz haben wir jetzt Geil Okay Der Kampf Was steht denn als nächstes Ja Das war das Würde ich mal sagen Gehen wir mal zurück zur nächsten Hauptquest Und übernehmen die mal, ne? Hatten wir ja schon lange nicht mehr Die Häuser werden immer größer Und so Das find ich cool Find ich immer geil Wenn sich das so ein bisschen entwickelt Alles Und so Schön, schön So Da hoch noch Ich bin mal auf das Ende Letztendlich gespannt Wie das Dorf jetzt hier Oder die Siedlung am Ende aussieht Hat sich ja schon einiges getan Hier, ne? Ups Ich meine inzwischen Gibt's hier schon Steingebäude Ich glaube anfangs war alles aus Holz Wir haben hier das fette Schiff In unserem Hafen Quasi Und wir haben hier Achilles Was hat der denn uns zu sagen jetzt? Es ist getan Johnson ist tot? Nein Er verschwand als der Tee vernichtet war Nur um neue Pläne zu schmieden, ganz sicher Du hättest ihn töten sollen Das war nicht nötig Die Zeit wird zeigen, ob du recht hast Kann in Doku Was machst du hier? Ist etwas geschehen? William Johnson kam zurück Mit genug Geld, um unser Land zu kaufen Er trifft sich gerade mit den Ältesten Ich flehte sie an abzulehnen Doch ich fürchte, er wird Erfolg haben Wenn du nicht einschreitest Ist das möglich? Der Tee wurde vernichtet Die Templer waren schon immer so erfinderisch Du hättest auf mich hören sollen Bitte Du musst ihn aufhalten Das werde ich Weißt du, wo sie sich treffen? Tja, ja Läuft doch immer so Gut Wo müssen wir hin? Da unten Grenzland Und dann Grenzland Naja Davenport Davenport Grenzland Schnellreise Los Joa, nicht? Dann lassen wir mal kurz laden Und dann kann er gleich nochmal laden Och Action pur hier Auf, auf Und dann wahrscheinlich zurück ins Dorf Jonestown Okay So Wo sollen wir denn jetzt Ja Ähm Schon im Grenzland bleiben Ich wollte eigentlich Oh Hier direkt längs Okay Nein Ist hier wirklich eine unsichtbare Mauer? Ne Deren Glück Ich hasse sowas Ein Tier Och komm Jetzt lauf nicht weg Komm schon Bettel dich mit mir Nein Egal Dann halt nicht Oh, was haben wir denn da hinten? Egal Scheiße ich jetzt drauf Auf die Tiere Mach ich einen anderen Mal Ach Da ist er ja schon Ja Verhandlungen mit dem Feind Ja Wir haben es immer noch drauf Oh, okay So Sauft ab Kleine Mädels Und der nächste Und Schiss Was? Ach ja Aufträge im Grenzland Ziel eliminieren Was für ein Ziel Da drin irgendwas Oder wie Ach so, ja Will der mich verarschen? Okay Das ist irgendwie ein bisschen penetrant Alter Schwede Wie der Zugerichtet wird Hier von mir Warnung Entfernung Zum Ziel verringern Ach so Okay Okay Zack Einer nach dem anderen Hier auf dem Weg wird erledigt Däiner nach dem Es ist irgendwie ein bisschen